PC, Laptop und Co. richtig absetzen und damit Steuern sparen. Das geht deutlich einfacher, als viele vermuten würden. Wie so oft muss man aber dabei natürlich ein paar Dinge beachten, damit das Finanzamt auch wirklich die Kosten akzeptiert und es hat sich eine ganz wichtige Regelung dazu sogar verbessert. All das erkläre ich kurz und knapp in diesem Video. Hi, ich bin Simon und heute geht es um Gegenstände wie einen PC, einen Laptop, Drucker, Monitor, Scanner und vieles, was dazugehören kann, die uns ja mittlerweile sowohl im privaten, aber besonders auch beruflichen Alltag begleiten. Gerade in den letzten knapp zwei Jahren wurden immer mehr solcher Geräte auch eben zum Arbeiten angeschafft, aufgrund der veränderten Arbeitsbedingungen. Auf der einen Seite sind das natürlich Kosten, die man tragen muss. Auf der anderen Seite kann man diese aber in vielen Fällen von der Steuer absetzen und das zeige ich euch jetzt. Denn wir wollen euch ja mit unseren regelmäßigen Videos hier auf dem Kanal Smartsteuer helfen, Steuern zu sparen und weniger Aufwand mit eurer Steuererklärung zu haben. Also abonniert gern unseren Kanal, wir freuen uns über jeden Abonnenten. Starten wir jetzt mit den Möglichkeiten zum Steuern sparen und machen uns dafür mal grundsätzlich bewusst, dass Kosten, die zumindest teilweise beruflich veranlasst sind, als Werbungskosten bei Arbeitnehmern, Beamten, Studenten und Azubis oder bei Selbstständigen und Firmen als Betriebsausgaben insgesamt absetzbar sind. Wird ein solches Gerät ausschließlich beruflich oder betrieblich genutzt, dann ist die Regelung sehr einfach, weil dann kann man die Anschaffungskosten vollständig berücksichtigen lassen. In der Regel unterstellt allerdings das Finanzamt, gerade bei PCs oder auch Laptops, die ja auch zu Hause stehen können oder dort genutzt werden, immer auch eine private Mitnutzung. Und die ist eben nicht absetzbar, weshalb man die Kosten aufteilen muss. Wofür? Es in der Praxis grob gesagt zwei Methoden gibt. Erstens, man fertigt entweder ein Nutzungstagebuch an über einen repräsentativen Zeitraum. Das können zum Beispiel drei Monate sein. Dadurch kann man dann die prozentuale Aufteilung errechnen, weil man genau eintragen muss, wann man den PC oder das Gerät privat oder eben beruflich beziehungsweise betrieblich genutzt hat. Das Ganze ist im Alltag natürlich eher nervig und so gibt es eine weitere Alternative und das ist die zweite Variante. Nämlich, man setzt einen Pauschalenwert an, der sich nach der entsprechenden Berufsgruppe richtet. Je deutlicher dabei der Bezug zu PC und Laptop bei der eigenen Berufsgruppe erkennbar ist, umso besser sind hier die Möglichkeiten. Allgemein wird häufig ein beruflicher Anteil von pauschal 50% für Berufe wie Lehrer, kaufmännische Angestellte, Rechtsanwälte und ähnliches akzeptiert. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass Personen mit einem noch eindeutigerem beruflichen Bezug sogar pauschal 80% der Kosten gelten machen können. Gute Chancen haben dabei Wissenschaftlerinnen, Journalisten, Redakteure und Grafiker, Mitarbeiter, Studenten und Azubis in der EDV und Informatik, sowie Mitarbeiter im Außendienst oder auch Lehrerinnen für den Fachbereich Informatik. Alles Berufe, in denen ja typischerweise ohne eine PC oder Laptop einfach wenig geht. Wer sein Gerät darüber hinaus sogar nur zu 10% maximal privat nutzt und das auch nachweisen kann, der darf sogar 100% der getragenen Kosten absetzen. Die 10% privat ignoriert man dann. Eine Arbeitgeberbescheinigung kann hierbei sehr hilfreich sein, ist aber dennoch keine Garantie für die Anerkennung. Hierbei kommt es wirklich auf den Sachbearbeiter und das Finanzamt an und eben die persönlichen Faktoren. Zu den absetzbaren Kosten gehören dann aber auch neben dem reinen PC und Laptop ergänzende Geräte und Zubehör, wie beispielsweise ein Monitor, Festplatten, Tastatur und Maus, Drucker, ein Scanner, Netzteile, Webcam, Lautsprecher und alles, was ebenso als Zubehör rund um solche Geräte wichtig sein kann. Grundsätzlich wird dabei immer darauf geachtet, dass die Kosten auch angemessen sind. Wenn sich nämlich eine berufliche Nutzung der Geräte nur auf Office-Anwendung und vielleicht Mail-Korrespondenz bezieht, dann wird das Finanzamt eher keinen Hochleistungs-PC mit 4K-Monitor als angemessen akzeptieren. Anders sieht es bei der gleichen Zusammenstellung der Geräte aus, wenn eine Person zum Beispiel im Grafikdesign oder in der Architektur arbeitet. Dort werden nun mal hohe Rechenleistung und ein guter Bildschirm schon fast als Pflicht angesehen und sind eben für die Arbeitsausführung auch notwendig. Diese Personen hätten also bessere Chancen. Seit dem Steuerjahr 2021 gilt übrigens bei der Absetzung nicht mehr die Vorschrift, dass man die Gesamtkosten für PC oder Laptop und das dazugehörige Zubehör ab einem Nettobetrag von 800 Euro auf mehrere Jahre verteilen muss, so war es vorher, sondern man darf nun solche digitalen Güter direkt im Jahr der Anschaffung komplett absetzen beziehungsweise dann natürlich im prozentualen Verhältnis der beruflichen oder betrieblichen Nutzung. Sind dabei Kosten von zum Beispiel 1.000 Euro entstanden und nutzt man die Geräte zu 50% privat und 50% beruflich, dann wären in diesem Fall also 500 Euro absetzbar. In der Steuererklärung zählen solche Kosten dann übrigens als Arbeitsmittel oder bei Betrieben als Betriebsausstattung. Wichtig, es sind immer nur diejenigen Kosten wirklich absetzbar, die man auch tatsächlich selbst getragen hat. Kriegt man beispielsweise ein Gerät von der Firma gestellt, dann kann man diese Kosten dafür natürlich nicht absetzen, zumindest wenn man eben dafür auch nichts bezahlt hat. Wir hoffen, du kannst diese Regelung in Zukunft bei deiner nächsten Steuererklärung nutzen und sparst dadurch etwas mehr Steuern als bisher. Wenn du mehr solcher Tipps und aktuelle Steuernachrichten bekommen möchtest, dann besuche auch unseren Blog auf der Homepage und abonniere, ganz wichtig, kostenlos diesen Kanal hier. Außerdem freuen wir uns über jeden Daumen nach oben für dieses Video und wünschen jedem da draußen ganz viel Erfolg bei der nächsten Steuererklärung und das einfach mit Smartsteuer.